Wenn wir verstehen wollen, wie Hitler 1933 zur Macht gelangen konnte, dann hilft es nichts, dann müssen wir bis 1918, 1919 zurückgehen. Es stimmt zwar, dass Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 schließlich durch eine Palastintrige herbeigeführt wurde. Und es stimmt sogar, dass der Ausgang dieser Palastintrige fast bis zum letzten Moment zweifelhaft aussah. Aber es wäre sehr oberflächlich, wenn wir in dem Betriegenspiel dieser letzten Wochen und Monate vor dem 30. Januar die ganze Erklärung suchen wollten. Wir müssen sofort weiterfragen. Wie konnte es denn so weit kommen? Wo waren denn in der Krise von 1932, 1933 Verfassung, Reichstag, Parteien? Wie konnte es kommen, dass sie so gar keine Rolle mehr spielten? Denn sie spielten bei Hitlers Ernennung schon keine Rolle mehr. Die Demokratische Republik war schon gestorben. Es ging nur noch um ihre Nachfolge. Woran war sie gestorben? War sie überhaupt je lebensfähig gewesen? Das sind die Fragen, denen wir uns stellen müssen, wenn wir verstehen wollen, was Hitlers Machtergreifung vor 50 Jahren möglich machte. Hier stoßen wir von ganz am Anfang auf einen grundlegenden Unterschied zwischen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik, den wir fest im Auge behalten müssen, wenn wir uns die Frage vorlegen, ob es ein neuer Hitler mit der Bundesrepublik so leicht haben würde, wie es Hitler mit der Weimarer Republik hatte. Man hat die Weimarer Republik eine Republik ohne Republikaner genannt. Das ist eine Übertreibung. Es gab vorhin Republikaner, aber es gab sie nur auf der gemäßigten Linken. Die radikale kommunistische Linke wollte eine ganz andere Republik. Und, was schwerer wog, die gesamte Rechte, sogar die gemäßigte Rechte, wollte im Grunde immer noch die Monarchie. Das aber beraubte die Weimarer Republik von Anfang an der Möglichkeit eines normalen Regierungswechsels, der doch erst das wahre Leben einer parlamentarischen Republik ausmacht. Die Weimarer Republik stand von Anfang an sozusagen auf einem Bein. Die Bundesrepublik aber steht solide auf zwei kräftigen Beinen. Sie hat nicht nur eine demokratische Linke, die hatte die Weimarer Republik auch, sondern sie hat auch, was die Weimarer Republik nie hatte, eine demokratische Rechte. In der Bundesrepublik können sich SPD und CDU ohne die geringste Gefahr für die freiheitliche Grundordnung jederzeit in der Regierung ablösen. In der Weimarer Republik geriet die Republik sofort ins Wackeln, wenn die damalige Rechte, deutschnationale, rechtsliberale und rechtes Zentrum, einmal die Weimarer Koalition aus SPD, linksliberalen und linkem Zentrum ablöste. Die republikanischen Parteien der linken Mitte trugen noch ein weiteres Handicap. Die von ihnen getragene Regierung hatte im Juni 1919 den Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet und sie hatten für die Unterzeichnung gestimmt. Sie hatten es höchst widerwillig getan, sozusagen mit der Pistole auf der Brust, unter dem Druck eines Ultimatums, das Wiederaufnahme der Feindseligkeiten androhte, wenn der Friedensvertrag nicht vorbehaltlos unterzeichnet werde. Der Friedensvertrag war von großer Härte. Er wurde von allen Parteien, von rechts bis links, innerlich abgelehnt und als unerfüllbar betrachtet, auch von den linken Mittelparteien, die schließlich blutenden Herzens für die Unterschrift gestimmt hatten. Immerhin, das hatten sie getan. Sie trieben sogar ein paar Jahre lang, von 1920 bis 1922, Erfüllungspolitik, wenn auch nur um die Unerfüllbarkeit des Vertrages, insbesondere der zwangsweise übernommenen, riesigen Reparationsverpflichtungen zu beweisen. Aber das genügte, um sie in den Augen ihrer Gegner, insbesondere ihrer mächtigen rechten Gegner, endgültig zu Vaterlandsverrätern zu stempeln. Erst der Dolchstoß, dann das Novemberverbrechen und nun noch die Erfüllungspolitik. Das war zu viel. Die politischen Morde an den Erfüllungspolitikern Erzberger und Rathenau, zwei der größten politischen Talente des damaligen Deutschland, fanden in weiten Kreisen der bürgerlichen Rechten heimlichen oder nicht einmal so heimlichen Beifall. Und nicht übersehen wollen wir auch, dass von damals Hitler eine bedeutende und bedrohliche Rolle zu spielen begann, wenn auch zunächst nur als Bayerischer Regionalpolitiker. Immerhin reichte es für ihn im November 1923 zu einem Putzversuch, der sich zwar nur in München abspielte, aber der in einem Marsch auf Berlin gipfeln sollte und eine Nacht lang bezeichnete sich Hitler schon damals als Reichskanzler. All diese politische Zerrissenheit hatte als Hintergrund eine Inflation, die in den fünf Jahren 1919 bis 1923 den Geldwert vollkommen vernichtete, alle Geldvermögen und Ersparnisse annullierte und zum Schluss sogar die Löhne und Gehälter binnen Stunden jeder Kaufkraft beraubte. Die Inflation hatte drei Quellen. Die erste war der verlorene Krieg, der nicht mit Steuern, sondern mit Anleihen finanziert worden war. Die zweite waren die Reparationsverpflichtungen unter dem Versailler Vertrag. Deutschland sollte zu seinen eigenen nun auch die Kriegskosten seiner siegreichen Gegner tragen. Das ging nur, indem man die Notenpresse in Bewegung setzte und ungedecktes Geld druckte. Den Rest aber gab der deutschen Währung der Ruhrkrieg von 1923. Frankreich besetzte als produktives Pfand für seine Reparationsforderungen das Ruhrgebiet. Deutschland antwortete mit Produktionseinstellung im besetzten Gebiet und die wurde wiederum mit ungedecktem Geld aus der Notenpresse finanziert. Mit dem Ergebnis völliger Geldwertvernichtung. Im Herbst 1923 gab es in Deutschland keine wirkliche Geldwirtschaft mehr und es ist kein Wunder, dass aus dem wirtschaftlichen Chaos auch politisches wurde. Separatistische Bewegungen in Bayern und im Rheinland, Volksfrontregierungen in Sachsen und Thüringen, kommunistischer Putsch in Hamburg, Hitlerputsch in München. Das Reich war in vollem Zerfall. Seine Rettung verdankte es einem bedeutenden Staatsmann, Gustav Stresemann, der in einer nur hunderttägigen Reichskanzlerschaft den Ruhrkrieg abbrach, die Notenpresse stilllegte, eine neue Währung einführte, die Putfe und separatistischen Bewegungen niederflug und alles in allem die Vorbedingungen für die Erholung und scheinbare Konsolidierung der Republik in der zweiten Hälfte der 20er Jahre schuf. Stresemann war es auch, der nunmehr als Außenminister 1924 eine erträgliche vorläufige Reparationsregelung und in den folgenden Jahren eine gewisse Aussöhnung mit den Siegermächten zustande brachte. Die Jahre 1924 bis 1929, später als goldene 20er Jahre gerühmt, kann man die Stresemann-Zeit nennen, so wie die heute ebenfalls gern golden genannten 50er Jahre die Adenauer-Zeit waren. Wie später in den 50ern fielen Krieg und Niederlage in die Vergangenheit zurück. Vom Dolchstoß war nicht mehr so viel die Rede. Auch die Wunde des Versailler Diktats, obwohl nicht völlig geheilt, schmerzte weniger. Das Lösungswort hieß jetzt Wiederaufbau. Man reiste wieder ins Ausland, der internationale Handel kam wieder in Gang, ebenso der internationale Sportverkehr. Das Gefühl des Geächtetseins und die dadurch erzeugten Ressentiments klangen ab. Und zugleich festigte sich, freilich nur vorübergehend, vielleicht nur feinbar, wie sich nach wenigen Jahren zeigen sollte, die Republik. Hier war vielleicht das entscheidende Ereignis die Wahl des Feldmaufalls von Hindenburg zum Reichspräsidenten im April 1925. Es war ein zweideutiges Ereignis. Die Wahl des kaiserlichen Feldmaufalls zum Präsidenten der Republik wurde von den Republikanern zunächst durchaus als Schlag empfunden. Dann erschienen sie ein paar Jahre lang als ein Segen für die Republik, um sich schließlich sieben Jahre später doch noch als Katastrophe herauszustellen. Seine inneren Kriegsschulden war Deutschland durch den Währungsschnitt von Ende 1923 losgeworden. Auf sehr brutale Weise. Der geldsparende Mittelstand, Beamte, Angestellte, Freiberufler, war sein Vermögen los und musste von vorn anfangen. Immerhin, es gab wieder richtiges Geld. Man konnte von vorn anfangen und man tat es. Was Deutschland nicht los war, waren seine Reparationsschulden. Die wurden fürs Erste so geregelt, dass Deutschland ohne Festsetzung einer Gesamtsumme jährliche Abschlagszahlungen leistete, die es bis auf Weiteres aus amerikanischen Krediten bestritt. Die amerikanischen Kredite waren sogar höher als die deutschen Reparationszahlungen, sodass noch etwas für den Wiederaufbau übrig blieb. Eine Art Kreislauf. Deutschland zahlte Reparationen an England und Frankreich. England und Frankreich zahlten Kriegsschulden an Amerika. Und Amerika pumpte Kredite nach Deutschland. Solange der Kreislauf funktionierte, konnte man damit überall ganz vergnügt leben. Noch 1929 lebte man bis in den Herbst hinein ganz unbesorgt in dieser feinbar gefestigten Ordnung. Dann kam der schwarze Freitag, der 13. Oktober 1929, an dem die New Yorker Börse zusammenkrachte und plötzlich brach der ganze Kreislauf zusammen. Amerika pumpte nicht mehr, im Gegenteil, es zog Gelder ab und damit geriet in Deutschland alles ins Wanken. Nicht nur die Wirtschaft, sondern fast sofort auch die politische Erholung und Befriedung. Es war plötzlich alles nur fein gewesen. Zu allem Unglück war auch Stresemann noch Anfang Oktober 1929 plötzlich gestorben. Und mit ihm hatte die Republik ihren einzigen wirklichen Staatsmann verloren. Den einzigen, der sie vielleicht hätte durch die neue Wirtschaftskrise von 1930 lotsen können, wie er sie durch die von 1923 gelotst hatte. Stresemann fehlte im Winter 1929-30 furchtbar. Der große Unterschied zwischen damals und jetzt, immerhin, ist, dass diesmal eine parlamentarisch-demokratische Mitte-Rechtsregierung zur Ablösung bereitstand. Damals gab es keine. Die Regierung Brüning, die im März 1930 von Hindenburg ohne Mehrheit im Reichstag berufen wurde, führte bereits aus der parlamentarisch-demokratischen Republik hinaus und sollte es auch tun, wie gleich zu zeigen sein wird. Und diese Regierung bekam es dann, im September 1930, mit einem plötzlich von Millionen Wählern bis an die Schwelle zur Macht getragenen Hitler zu tun. 1930, nicht erst 1933, war das Jahr, das die ganze deutsche politische Szene bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Arthur Rosenberg, der Historiker der Weimarer Republik, bezeichnet es als ihr Todesjahr. Meiner Meinung nach mit Recht. Obwohl gerade Hitlers unerwarteter Wahlerfolg der Republik dann noch anderthalb Jahre lang eine Art Feinleben befährte. Aber alles das will ausführlicher erzählt sein. Die Menschen, die es nicht mehr miterlebt haben, wissen ja nichts mehr davon. Zunächst müssen wir uns klar machen, dass die Weimarer Verfassung das Staatswesen ganz anders konstruierte als das Bonner Grundgesetz. Sie war im Grunde eine Präsidialverfassung. Nicht der Reichstag wählte den Kanzler wie heute, sondern der Präsident ernannte ihn. Und dann gab es den berühmt berüchtigten Artikel 48, der dem Reichspräsidenten, kurz gesagt, diktatorische Vollmachten einräumte. Der Reichspräsident konnte den Notstand ausrufen und wenn er das tat, konnte er praktisch machen, was er wollte. Ein Verfassungsgericht, das hätte nachprüfen können, ob ein Notstand wirklich vorlag, das gab es nicht. Man hat witzig und treffend gesagt, dass die Weimarer Republik eigentlich zwei Verfassungen hatte. Eine parlamentarisch-demokratische für gutes Wetter und eine diktatorische für schlechtes Wetter. Schon in den turbulenten ersten fünf Jahren der Republik hatte der damalige sozialdemokratische Präsident Friedrich Ebert sehr häufig mit dem Artikel 48 regiert. In den guten Jahren, 1924 bis 1929, war der Artikel dann nicht oder kaum angewandt worden. Aber jetzt, 1930, holte ihn Präsident Hindenburg wieder aus der Schublade. Er ernannte einen bis dahin ziemlich unbekannten Zentrumsabgeordneten namens Brüning zum Reichskanzler, obwohl der keine Mehrheit im Reichstag hatte. Dafür gab er ihm die Zusicherungen, die Maßnahmen, die Brüning für nötig hielt, mittels des Artikels 48 als Notverordnung in Kraft zu setzen und, wenn der Reichstag sie nicht billigte, den Reichstag aufzulösen. Brüning wurde so der erste Präsidialkanzler. Er stützte sich nicht mehr auf eine Reichstagsmehrheit, sondern ausschließlich auf das Vertrauen und die Macht des Reichspräsidenten. Das war, so wie die Weimarer Verfassung einmal konstruiert war, nicht illegal, obwohl es sicher die Verfassung einigermaßen strapazierte. Und wenn es wirklich nur als Notlösung für eine Übergangszeit gedacht gewesen wäre, bis es im Reichstag wieder eine regierungsfähige Mehrheit gab, hätte man es sogar legitim nennen können. Es war aber mehr dahinter, wie wir heute aus Brünings eigenen Memoiren wissen. Nämlich ein Plan, die Verfassung zu ändern, den Reichstag gänzlich zu entmachten und zu so etwas wie der Bismarck-Verfassung zurückzukehren. Also zu einem autoritären Staat, dessen Regierung ohne parlamentarische Kontrolle von oben kam. Letzten Endes wohl, obwohl das nie klar ausgesprochen, und vielleicht nicht einmal klar durchdacht wurde, von einem wieder eingesetzten Monarchen. Schon kurz nach Ostern 1929 hatte der Plan in einer merkwürdigen Unterredunggestalt angenommen, die zwischen Brüning und dem Chef des Ministeramts im Reichswehrministerium, General von Schleicher, in dessen Wohnung am Matthäi-Kirchplatz in Berlin stattgefunden hatte. Damals hatte der General dem Abgeordneten eröffnet, dass der 81-jährige Reichspräsident die Dinge vor seinem Tode in Ordnung bringen wolle. Das Parlament im gegebenen Augenblick für eine Zeit nach Hause schicken und in dieser Zeit mit Hilfe des Artikels 48 die Sache in Ordnung bringen wolle. Und dass er, Brüning, als der Reichskanzler der beabsichtigten Verfassungsreform, man könnte auch von einem Staatsstreich sprechen, ins Auge gefasst sei. Die wirkliche Macht Schleichers lag in seiner engen Beziehung zum Hause Hindenburg, wo er aus- und einging. Im Übrigen pflegte er viele Bekanntschaften auf der politischen und halbpolitischen Rechten, die jetzt Morgenluft witterte und ihres vorübergehenden Flirts mit der Republik schnell wieder müde geworden war. Mit der Republik, das war 1930, das vorherrschende Gefühl in diesen Kreisen, ging es nun wohl doch wieder zu Ende. Etwas Neues oder auch Altes lag in der Luft und Schleicher schien der Mann den Übergang geschickt zu fingern. Fürs Erste hatte er jetzt einmal Brüning erfunden. Brüning war Schleichers Kandidat, der auch Hindenburgs Wohlgefallen gefunden hatte. Und in den Monaten April bis Juli 1930 regierte er forsch und schneidig, ganz in Schleichers Sinne, fuhr mit dem Reichstag Schlitten und löste ihn im Juli auf. Von den Neuwahlen im September mag er sich eine rechte Mehrheit erhofft haben. Wenn er sie nicht bekam, konnte er ja den Reichstag wieder auflösen. Und dann war es vielleicht von Zeit für die geplante Verfassungsreform. Alles fiel auf dem besten Wege. Und dann brachten die Reichstagswahlen plötzlich Hitler auf die Szene. Das war nicht eingeplant. Die Reichstagswahlen vom September 1930 waren Hitlers erster und fast von entfeidender Fritt zur Macht. Das Ergebnis überraffte die Nazis selbst. Sie hatten mit einer Verdoppelung, allenfalls einer Verdreifachung ihrer Stimmenzahl gerechnet, also mit 6 bis 8 Prozent. Sie bekamen 18 Prozent, 6 Millionen Wählerstimmen und 107 Mandate. Sie waren jetzt die zweitstärkste Partei im Reichstag. Es war ein Erdrutsch. Man muss es zugeben, der deutsche Wähler war an dem rasanten Aufstieg Hitlers in den Jahren 1930 bis 1933 nicht unbeteiligt. Man kann nicht sagen, wie es oft geschehen ist, dass Hitler sozusagen über den Kopf des Volkes durch eine Intrige der Rechten an die Macht gebracht worden wäre. Hitler sammelte in diesen Jahren eine Massengefolgschaft. Und diese Massengefolgschaft war in den politischen Geschäften der Jahre 1930 bis 1933 sein wirkliches Kapital. Woher sie kam, was die Hitlerwähler bewegte, das ist im Einzelnen schwer zu ergründen. Noch schwerer heute, nach einem halben Jahrhundert als damals. Der Hauptgrund war natürlich einfach wirtschaftliche Verzweiflung. Viele wirtschaftliche Existenzen waren 1930 zusammengebrochen, eine steigende Millionenzahl wurde arbeitslos. Und Arbeitslosigkeit bedeutete damals, anders als heute, in den meisten Fällen nacktes Elend. Und keine der hergebrachten politischen Kräfte, weder die alte parlamentarische Regierung noch die neue Präsidialregierung Brüning, wusste etwas dagegen zu tun. Hier nun war ein Mann und eine Partei, die versprachen, die Not zu wenden. Wie sie es tun würden, das sagten auch sie nicht. Immerhin, sie waren die Einzigen, die es sich offenbar zutrauten. Ein Plakat in einer späteren Wahl trug die Befristung »Hitler, unsere letzte Hoffnung«. Für viele, vielleicht die meisten Hitlerwähler, war er das tatsächlich. Aber es ist vielleicht doch zu menschenfreundlich, den Massenzulauf zu Hitler nur aus wirtschaftlicher Not zu erklären. In der politischen Krise von 1930 brachen auch all die alten Wunden aus den Anfangsjahren der Republik wieder auf. Der Dolchstoß, das Novemberverbrechen, das Versailler Diktat. Hitler versprach nicht nur, wieder Arbeit zu schaffen. Er versprach auch, Deutschland wieder groß und mächtig zu machen. Und auch damit traf er einen Nerv. Deutschland war 1930 ein krankes, aber sehr kräftiges Land. Und auch dieses heimliche Kraftbewusstsein sprach Hitler erfolgreich an. In den Massen, die ihm zuliefen, lebte nicht nur Verzweiflung, sondern zugleich auch ein wilder Aufbruchswille, auch Wut, auch ein Wunsch, die Ärmel aufzukrempeln, ja und drein zu schlagen. Und dann gab es noch ein drittes, subtileres. Die Republik, das fühlte jeder, war passé. Sie hatte sich selbst im Frühjahr 1930 aufgegeben und was jetzt wieder zur Macht drängte, sie halb schon wieder ergriffen hatte, das waren die Kräfte des Alten, die Überlebenden des Kaiserreichs. Aber Hitler verkörperte nicht das Alte. Er verkörperte etwas Neues. Nicht einfach dasselbe wie die alten Rechtsparteien, sondern eine neue, noch unbestimmte Synthese von rechts und links. Eine Volksgemeinschaft, was immer das nun im Einzelnen bedeuten mochte. Die Hitlerwahl war auch ein Protest gegen Brüning, auch gegen Hindenburg und vor allem gegen die adeligen Offiziere und die konservative Beamtenelite, die glaubten, ihre Zeit sei wiedergekommen. Die Hitlerwähler wollten nicht zurück zum Kaiserreich und zur Klassenherrschaft und das wollte auch Hitler nicht. Er war nicht demokratisch, natürlich nicht, aber er war populistisch und das spürten natürlich auch die alten Rechten, die, verschanzt hinter der Autorität Hindenburgs, eine Restauration anstrebten und es war ihnen unheimlich. Sie mussten sich jetzt neu orientieren und die unerwartete neue Volksbewegung irgendwie in ihre Pläne einbauen, was nicht leicht war. Zum Teil war ihnen die nationalsozialistische Massenbewegung ja gar nicht unsympathisch. Das Patriotische und Nationale, der neue Wehrwille, die Lust am Marschieren, das war ja alles ganz willkommen. Aber das revolutionäre und vage sozialistische am Nationalsozialismus, übrigens auch der Antisemitismus und dann das pläbige und ganz schlicht rabaukenhafte, das war auch wieder abstoßend und gefährlich. Immerhin als Gegengewicht gegen die Kommunisten, die ja auch bedrohlich stärker wurden, würde man die Nationalsozialisten irgendwie gebrauchen können. Alle, von Hindenburg über Brüning bis Schleicher, luden jetzt Hitler zu sich ein, sahen ihn sich an und konferierten mit ihm. Das Resultat war nicht ermutigend. Hitler war stur. Er forderte immer die ganze Macht. Übrigens konnte er nicht zuhören, sondern erschöpfte seine Gastgeber mit langen Reden und benahm sich überhaupt unmöglich. Einstweilen war mit ihm nichts anzufangen. Aber zur wirklichen Unterdrückung, die 1930 vielleicht noch gerade möglich gewesen wäre, konnte man sich auch nicht entfließen. Man verlegte sich aufs Abwarten. Und das fiel auch relativ leicht, denn Brüning fand jetzt unerwarteten neuen Beistand. Von links. Den Sozialdemokraten war der Hitler-Schreck gehörig in die Glieder gefahren. Für sie war jetzt Brüning mit seinen präsidentiellen Notverordnungen und seinem hochfahrend autoritären Regime das kleinere Übel geworden. Und sie beschlossen, ihn zu tolerieren. Die Sozialdemokraten, obwohl reduziert, waren immer noch die stärkste Partei. Und mit ihrer Unterstützung hatte Brüning plötzlich wieder eine Mehrheit im Reichstag. Er hätte, wenn er gewollt hätte, jetzt wieder eine ganz normale Koalitionsregierung bilden und ganz normal parlamentarisch regieren können. Aber das wollte er ja nicht. Und vor allem sollte er es nicht. Sein Auftrag war ja, den Übergang zu einem autoritären neuen Staat herbeizuführen. Und diesem Auftrag fühlte er sich verpflichtet. Die Tolerierung durch die Sozialdemokraten ließ er sich gerade eben gefallen, behandelte sie aber im Übrigen hochmütig und abweisend und regierte weiter mit den Notverordnungen des Präsidenten, die inhaltlich eine strenge und immer strengere Sparpolitik verfolgten, wobei die Arbeitslosenzahlen dauernd anstiegen und die Wählerzahlen der Nazis auch, wie sich bei verschiedenen Länderwahlen zeigte. Brüning genießt heute im deutschen Geschichtsbewusstsein den Ruf eines redlichen und fähigen, wenn auch trockenen und glücklosen Kanzlers und des letzten Verteidigers der Republik. Das war er in Wahrheit nicht. Er war in Wahrheit zum ersten Liquidator der Republik bestellt worden und wenn er auch nicht dazu kam, diesen Auftrag auszuführen, gewöhnte er doch durch sein Notverordnungsregime den Deutschen den Gedanken an verfassungsmäßige parlamentarische Regierung allmählich ab. Er war ein Übergangskanzler und sein Regime hatte, dank der Tolerierung durch eine Mehrheit im Reichstag, noch eine parlamentarische oder halbparlamentarische Oberfläche, war aber im Kern bereits ein reines Präsidialregime, das seine Legitimation nicht mehr von unten, sondern von oben bezog. Es zeigte sich sehr deutlich bei seinem Sturz. Brüning wurde nicht vom Reichstag gestürzt. Dort hatte er bis zum letzten Augenblick seine Mehrheit, wenn sie ihn auch nur tolerierte. Sondern er wurde vom Präsidenten entlassen, und zwar sehr froff und willkürlich entlassen, weil Hindenburg nicht mehr mit ihm zufrieden war und weil Schleicher sich inzwischen zu einer schärferen Gangart entschlossen und sich dafür auch von einem neuen und passenderen Kanzler ausgesucht hatte. Das war Franz von Papen. Ein Mann, der bis dahin in der deutschen Politik so gut wie keine Rolle gespielt hatte und den meisten Deutschen vollkommen unbekannt war. Er wurde am 1. Juni 1932 von Hindenburg auf Vorschlag Schleichers zum Kanzler ernannt, bildete ein Kabinett der Barone, proklamierte eine völlig neue Art der Staatsführung und löste zunächst einmal wieder den Reichstag auf, ohne irgendeine Abstimmung über irgendeine Maßnahme abzuwarten. Eine völlig neue Art der Staatsführung. So ganz unzutreffend war diese programmatische Erklärung Papens nicht. Ein neuer Stil war es sicher. Unter Brüning waren die demokratisch-verfassungsmäßigen Regierungsformen zwar ausgehöhlt, aber noch äußerlich gewahrt worden. Der Reichstag hatte noch regelmäßig getagt. In den fünf Monaten der Papenregierung vom 1. Juni bis 2. Dezember 1932 gab es zwar zweimal Reichstagswahlen, aber nur eine einzige Reichstagssitzung, in der der neu gewählte Reichstag Papen mit überwältigender Mehrheit das Misstrauen aussprach, aber daraufhin sofort wieder aufgelöst wurde, ohne dass Papen etwa zurückgetreten wäre, wie er es nach der Verfassung gemusst hätte. Brüning, der Zauderer Brüning, hatte die Verfassung noch formal respektiert. Papen behandelte sie von Anfang an als nicht mehr vorhanden. Er ging mit Volldampf auf den reaktionären Staatsstreich los, den Schleicher schon im Frühjahr 1929 mit Brüning geplant hatte. Und er gab einen Vorgeschmack davon mit seinem Preußenschlag am 20. Juli 1932. Da ließ er die amtierende preußische Regierung einfach absetzen, die Minister durch Militär aus ihren Ministerien vertreiben und machte sich selbst zum Reichskommissar für Preußen. Und Hitler? Denen gedachte Papen von Anfang an einzukaufen, einzurahmen und zu engagieren. Alles Ausdrücke, die Papen bezeugtermaßen in Bezug auf Hitler gebraucht hat. Vor wie auch noch nach dem 30. Januar 1933. Für Papen war Hitler der kleine Mann und Karrierist, aus der Perspektive des reichen, großen Herren gesehen. Hitler persönlich sollte unter Papen durchaus etwas werden, eine Art Propagandaminister, allenfalls sogar Vizekanzler. Und er sollte mit seinem demagogischen Talent der neualten, aristokratischen Regierung die Massen bringen. Aber politisch wollte Papen ihm das Wasser abgraben. Die Macht der nationalsozialistischen Bewegung sollte gebrochen werden. Und zwar sehr einfach, zugleich mit der Abschaffung der Demokratie. Diese Macht beruhte ja in Papens Augen einfach auf der riesigen Zahl von Wählerstimmen und Reichstagssitzen, die Hitler zu gewinnen wusste. Und wenn es keinen Reichstag mehr gab oder nur noch einen ganz Ohnmächtigen, dann kam es auf Wählerstimmen und Reichstagssitze nicht mehr an. Und Hitler konnte froh sein, wenn man ihn engagierte und ihn immer noch eine persönliche Rolle spielen ließ. So dachte Papen. Und er konnte sich dabei auf Hindenburg verlassen, der eine wirkliche Abneigung gegen Hitler hatte und mehrfach versicherte, dass er den Böhmischen Gefreiten, wie er ihn merkwürdigerweise nannte, niemals zum Reichskanzler mit präsidentiellen Vollmachten machen würde. Nach den Wahlen vom 31. Juli, bei denen Hitler 37% Wählerstimmen und 230 Mandate gewann, bot Papen Hitler die Vizekanzlerschaft an. Aber Hitler lehnte ab und forderte die Kanzlerschaft, worauf Hindenburg ihn zwar empfing, aber stehen ließ und regelrecht abkanzelte. Von nun an war Hitler Papen eine Weile Spinnefeind. Und Papen fand, dass er erst noch mal ein bisschen kleiner gemacht, sozusagen weichgeklopft werden musste. Dass es schließlich Papen sein würde, der Hitler zum Kanzler machte, war im Herbst 1932 noch keineswegs vorauszusehen. Zunächst schien Papens Rechnung, Hitler weichzuklopfen, sogar aufzugehen. Die Reichstagswahlen vom 6. November 1932 waren ein Rückschlag für die Nationalsozialisten. Sie verloren 2 Millionen Stimmen und 34 Mandate und die Partei geriet in eine Krise. Sie war durch die ständigen Wahlkämpfe hochverschuldet. Dass sie damals schon vom Großkapital finanziert wurde, ist eine Legende. Und in der Partei kriselte es. Es gab Stimmen, die fanden, es seien nun Zeit, ein bisschen kürzer zu treten und sich die Angebote zur Regierungsbeteiligung doch vielleicht etwas näher anzusehen. Wer sich diesen Stimmen gegenüber hellhörig zeigte, das war Schleicher. Er fasste den Gedanken, die Nationalsozialisten zu spalten, und zwar nicht Hitler, wohl aber den internen Hitlerkritiker Gregor Strasser an linken Nationalsozialisten als Sprechminister in die Regierung zu holen. Hitler selbst blieb stur. Und am stursten war Papen. Er hielt jetzt die Zeit für gekommen, den großen Staatsstreich endgültig durchzuführen. Den Reichstag aufzulösen, diesmal ohne Wiederwahltermin, die Verfassung zu suspendieren, zunächst eine Weile ohne Verfassung zu regieren und dann eine neue, streng autoritäre Verfassung zu auktroyieren. Wenn es Widerstand geben sollte, sei es von den Nationalsozialisten, sei es von den inzwischen ebenfalls sehr stark gewordenen Kommunisten, sei es von beiden zusammen, sollte die Reichswehr ihn unterdrücken. Aber die Reichswehr, das war Schleicher. Und Schleicher spielte nicht mehr mit. Im Gegenteil. Schleicher erstrebte schon seit mehreren Wochen, schon seit Oktober, vielleicht schon seit September, seinerseits den Sturz Papens. Wie das? Er hatte sich doch den unbekannten Papen selbst als Kanzler ausgesucht. Und der Staatsstreich, den Papen jetzt vorhatte, entsprach doch genau Schleichers alten Plänen, für die ursprünglich von Brüning hatte als Instrument dienen sollen. Warum wandte er sich jetzt plötzlich gegen Papen? An dieser Stelle wird die deutsche Gefichte, die in der ganzen Zeit von 1930 bis 1932 weitgehend Personalgefichte gewesen war, endgültig zum Roman. Was sich im Dezember 1932 und Januar 1933 abspielte, drehte sich, so seltsam es klingt, fast ausschließlich um die Privatbeziehungen dreier Männer, Schleichers, Papens und Hindenburgs. Mit Hitler als Nutznießer. Es war im Grunde, ich muss wieder sagen, so seltsam es klingt, ein Eifersuchtsdrama. Politik wurde Vordergrund und Vorwand. Gewiss, es dürfte zutreffen, dass Schleichers politische Vorstellungen sich zwischen 1929 und 1932 ein bisschen gewandelt hatten. Schleicher hatte sich in diesen Jahren eine Art Brainstrust, einer Denkfabrik, zugelegt. Eine Gruppe brillanter junger politische Wunderlisten, die die damals viel gelesene Zeitfrift Die Tat herausgaben und die ihm ein paar große Rosinen in den Kopf gesetzt hatten. Nach der Meinung des Tatkreises, die dann auch Schleichers Meinung wurde, war es mit einer bloßen Restauration, einem wiederhergestellten Kaiserreich ohne Kaiser nicht mehr getan. Man brauchte eine breitere Herrschaftsgrundlage, eine Art sozialen Ständestaat. Ein Bündnis von Reichswehr, Gewerkschaften und dem gesunden, vagesozialistischen Teil der nationalsozialistischen Bewegung. Theoretisch sehr schön, praktisch ziemlich weltfremd. Aber Schleicher traute sich zu, etwas daraus zu machen. Mit dem bloßen Staatsstreich von rechts war ihm nicht mehr gedient. Doch das war das Wenigste. Viel schlimmer war, dass Papen ihm in den ersten drei oder vier Monaten seiner Kanzlerschaft bei Hindenburg den Rang abgelaufen hatte. Fleicher war nicht mehr Hindenburgs lieber junger Freund und unbedingter Vertrauensmann. Papen war das jetzt. Es klingt absurd und beinahe kittfig, aber es ist eine Tatsache. Der uralte Präsident hatte sich auf seine alten Tage in Papen vernarrt. In diesem ebenso eleganten wie schneidigen Aristokraten hat er sozusagen spät im Leben sein Männlichkeitsideal gefunden. Kein Wunder, dass Schleicher seinerseits sehr schnell Papens negative Eigenschaften entdeckte. Politischen Dilettantismus, Leichtfertigkeit, Unsolidität, Oberflächlichkeit, Eitelkeit. Fränzchen hat sich entdeckt, spottete er von dem September unter Vertrauten und er begann nach einem Nachfolger Ausschau zu halten. Aber es fand sich so recht keiner mehr und allmählich dämmerte es Schleicher, dass er diesmal wohl selbst der Nachfolger werden müsse. Die Ablösung geschah unter dramatischen Umständen. Am 1. Dezember 1932 wurden Papen und Schleicher gemeinsam von Hindenburg zu einer Unterredung empfangen, in der entschieden werden sollte, wie es nun weitergehen sollte. Papen trug seine Staatsstreichpläne vor. Schleicher mauerte. Er bezweifelte, dass die Reichswehr im Ernstfall einen Bürgerkrieg gegen Rechts und Links bestehen könnte. Er ließ auch durchblicken, dass es vielleicht noch andere Wege geben könnte. Er hatte in diesen Tagen losen Kontakt mit Gregor Strasser aufgenommen und hoffte auf eine Spaltung der NSDAP. Am Ende aber entschied Hindenburg für Papen. Schleicher sagte kein offenes Nein. Nur beim Hinausgehen sagte er zu Papen ominös, Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang. Er hatte noch einen Pfeil im Köcher. Am nächsten Vormittag war Kabinettssitzung. Schleicher hatte sich einen Stabsoffizier dazu bestellt, der den Ministern Angst machen sollte. Er verlas ein militärisches Gutachten über die Aussichten der Reichswehr in einem möglichen Bürgerkrieg, das ein katastrophales, wohl übertrieben katastrophales Bild entrollte. Generalstreik, Zusammenbruch der Ernährung, womöglich polnische und französische Einmüffung. Der erwünschte Effekt blieb nicht aus. Alle Minister bis auf zwei versagten Papen die Gefolgschaft. Am Nachmittag ging daraufhin Papen zu Hindenburg und erklärte seinen Rücktritt, der ihm gewährt wurde, wie es heißt, unter Tränen. Später fickte ihm Hindenburg sein Bild mit der Inschrift »Ich hatt einen Kameraden«. Übrigens riss der private Kontakt zwischen beiden auch weiterhin nicht ab. Am selben Nachmittag des 2. Dezember empfing Hindenburg Schleicher und ernannte ihn zum Reichskanzler, höchst ungnädig und widerwillig. »Dann müssen wir eben Herrn von Schleicher sein Heil versuchen lassen«, hatte er zu Papen gesagt. Es klang wie »Soll er die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat?« Und so wurde es auch. Schleicher blieb nur knapp zwei Monate lang Reichskanzler und in diesen zwei Monaten erlebte er Enttäufung über Enttäufung. Dann muss ich die Lage einmal klar machen. Von Brüning hatte hauptsächlich von Gnaden des Reichspräsidenten regiert, aber er hatte außerdem auch noch von Oktober 1930 bis Mai 1932 eine Mehrheit im Reichstag gehabt, die ihn tolerierte. Papen hatte nie mehr eine Mehrheit im Reichstag. Im Gegenteil, eine Riesenmehrheit des Reichstags hatte ihm in der einzigen Reichstagssitzung seiner Kanzlerschaft das Misstrauen ausgesprochen. Aber er hatte noch, sogar mehr als Brüning, das Vertrauen des Reichspräsidenten. Schleicher hatte ebenso wenig wie Papen eine Mehrheit im Reichstag. Aber er hatte in Wahrheit auch das Vertrauen und Wohlwollen des Reichspräsidenten nicht mehr. Das hatte er sich verscherzt, als er Papen hinterrücks gestürzt hatte. Der Reichstag war über Weihnachten vertagt. Aber spätestens am 31. Januar musste er wieder zusammentreten. Dann musste Schleicher mit einem Misstrauensvotum rechnen. Und er hatte eben nicht wie Papen Hindenburgs Vollmacht den Reichstag aufzulösen, geschweige denn die Verfassung zu suspendieren. Eine Hoffnung, politisch zu überleben, hatte er nur dann, wenn ihm in der kurzen Zeit von nicht ganz zwei Monaten zwei ungeheure Kunststücke gelangen, die Gewerkschaften zum Eintritt in seine Regierung zu überreden und damit durch Gewerkschaftseinfluss wie Brüning die Tolerierung der SPD zu gewinnen. Und die NSDAP zu spalten und sich mit einem Teil der NSDAP unter Gregor Strasser zu verbünden. Beides misslang. Misslang so schnell und gründlich, dass man sich nachträglich nur wundern kann, wie ein erfahrener Politiker je hatte auf ein Gelingen rechnen können. Gregor Strasser versagte völlig. Statt den Kampf gegen Hitler aufzunehmen, verzichtete er beim ersten Stirnrunzeln seines Führers auf alle Parteiämter und zog sich ins Privatleben zurück. Was übrigens nicht verhinderte, dass er später bei der Generalabrechnung am 30. Juni 1934 ebenso wie Schleicher ermordet wurde. Die Gewerkschaften blieben spröde. Sie hörten sich Schleichers Vorschläge an, berieten sie ein paar Tage und lehnten sie dann ab. Genau besehen hatten sie auch wenig Grund, sich mit einem General zu verbünden, der von 1919 bei der Gründung der Freikorps seine Hand im Spiel gehabt hatte und in den letzten Jahren einen trüben Ruf als Drahtzieher bei allen möglichen antirepublikanischen Machenschaften und Staatsstreichplänen erworben hatte. Ende Januar war Schleicher so weit, wie Papen zwei Monate zuvor gewesen war. Er meldete sich bei Hindenburg an und erbat die Vollmacht zur erneuten Auflösung des Reichstags. Das geschah am Sonnabend, den 28. Januar 1933. Der Sohn des damaligen Staatssekretärs im Reichspräsidialamt, Otto Meißner, hat die Kernsätze des sich daraufhin entspinnenden Gesprächs, wohl aufgrund von Mitteilungen oder Aufzeichnungen seines Vaters, wörtlich überliefert. Danach sagte Schleicher, von jetzt ab müssen wir ohne Parlament regieren. Ich werde Unruhen mit Waffengewalt unterdrücken. Und nun Hindenburgs Antwort. Lieber junger Freund, die alte Anrede, Sie schlagen mir da etwas vor, was Sie mir vor zwei Monaten selber noch als unmöglich hingestellt haben. Deshalb musste Papen zurücktreten. Dabei wollte er nur das, was Sie jetzt von mir wollen. Seinen Plan, den Sie damals für undurchführbar hielten, wollen Sie jetzt durchführen. Und das mit meiner Hilfe, mit meiner Autorität und mit meiner Verantwortung. Es klingt echt. Man hört den Vorwurf heraus, die Kränkung, auch eine gewisse Genugtuung darüber, dass der Mann, der damals den geliebten Papen gestürzt hatte, nun selbst mit seinem Latein am Ende war. Hindenburg verweigerte Schleicher, die erbeten in Vollmachten. Und Schleicher trat zurück. Noch am selben Abend berief Hindenburg Papen wieder zu sich und beauftragte ihn, eine neue Regierungsbildung zu versuchen. Papen war in den zwei Monaten der glücklosen Schleicher-Regierung nicht müßig gewesen. Er hatte Schleichers Dolchstoß vom 1. und 2. Dezember nicht verziehen. Er sann auf Rache. Er hielt immer noch engen privaten Kontakt mit Hindenburg. Er wusste, dass er immer noch Hindenburgs Wahlkanzler war. Aber er hatte auch in der Dezember-Krise erfahren, dass er sich bei seinen Staatsstreichplänen auf die Reichswehr mit oder ohne Schleicher nicht verlassen konnte. Er musste eine neue Karte ausspielen. Und dabei verfiel er auf Hitler. Man könnte auch sagen, er fiel auf Hitler zurück. Er hatte Hitler ja immer einkaufen oder engagieren wollen, war im August sogar bereit gewesen, ihn zum Vizekanzler zu machen. Das war damals gefeitert, weil Hitler darauf bestanden hatte, selbst Reichskanzler zu werden. Jetzt fragte sich der gestürzte Papen, kam es denn wirklich so sehr darauf an, wer nominell Kanzler und wer Vizekanzler war? Entfeigend war doch, wer das Ohr des Präsidenten hatte. Wenn Hitler durchaus den Reichskanzlertitel wollte, warum eigentlich nicht? Der wirkliche Kanzler würde doch immer Papen mit seinem direkten Draht zu Hindenburg bleiben. Besonders, wenn Hitler in Papens alter Ministermannschaft eingerahmt wurde. Dazu allerdings musste Hitler sich bereit finden. Und auch dazu, dass der Kanzler nichts ohne Zustimmung des Vizekanzlers unternehmen dürfe und nur gemeinsam mit dem Vizekanzler beim Reichspräsidenten Vortrag halten dürfe. Wenn Hitler auf diese Bedingungen eingehe, könne eigentlich nichts schiefgehen. Papen beschloss, ihn zu sondieren. Am 4. Januar traf er sich mit ihm bei einem adeligen Kölner Bankier, der zugleich ein Nazi-Sympathisant war. Angenehme Überraffung. Hitler erwies sich als ganz aufgeflossen. Reichskanzler allerdings musste er unbedingt werden. Aber im Übrigen durfte Papens Ministermannschaft ruhig bleiben, wie sie war. Nur zwei Ministerien verlangte Hitler für seine Leute, darunter allerdings das Innenministerium. Und was Papens Vorrechte als Vizekanzler anbetraf, bitte sehr, alles akzeptiert. Im Grunde genommen war Papens Bündnis mit Hitler am 4. Januar schon perfekt. Dass jeder dabei den anderen am Ende hereinlegen wollte und dass jeder sich in diesem Spiel als der Stärkere fühlte, verstand sich von selbst. Schwierigkeiten machte unerwarteterweise nur noch Hindenburg. Der hatte mit Hitler nun einmal nichts im Sinn. Er wollte seinen Papen wiederhaben. Und keinesfalls wollte er Hitler die Generalvollmacht zum Verfassungsbruch geben, die er Papen am 1. Dezember hatte zugestehen wollen. Überhaupt waren dem alten Herrn nachträglich doch Bedenken wegen seiner damaligen Bereitschaft gekommen. Hatte er nicht einen Eid auf die Verfassung geschworen? Würde er nicht bald vor seinem ewigen Richter stehen? Wenn von einem Reichskanzler Hitler dann ein normaler, legaler Kanzler mit einer Mehrheit im Reichstag. Papen musste sich also zu seinem Abkommen mit Hitler noch etwas Neues einfallen lassen. Und daran ließ es sein flinker Geist auch nicht fehlen. Um der neuen Regierung fürs Erste einen parlamentarischen Anstrich zu geben, mussten zu den Nationalsozialisten als Koalitionspartner noch die Deutsch-Nationalen kommen. Das war an sich nicht allzu schwierig, denn die Deutsch-Nationalen waren Papens einzige Anhänger im Reichstag. Aber um für die neue Koalition zu einer Mehrheit zu kommen, brauchte man Neuwahlen. Und die wollten die Deutsch-Nationalen nicht. Im Grunde wollte sie auch Papen nicht. Denn er hatte ja immer noch seine Staatsstreichpläne im Hinterkopf. Aber was tat man nicht, um dem alten Hindenburg die Kröte Hitler schmackhaft zu machen? Kurz, es gab noch viel Hin und Her und viel Verwirrung, auch noch am Sonntag, den 29. Januar, und sogar noch am Montagmorgen, als das neue Kabinett Hitler-Papen zum Reichspräsidenten zur Vereidigung bestellt war. Man stritt sich immer noch über die Neuwahlen. Der Vereidigungstermin war schon überfritten. Und das neue Kabinett kam schließlich ohne Einigung zustande. Nur dadurch, dass der Staatssekretär Meisner schließlich zu den Streitenden trat und erklärte, der Herr Reichspräsident sei nicht gewohnt zu warten. Im Grunde war an diesem 30. Januar 1933 tatsächlich noch nicht viel entschieden. Es gab noch viele Politiker und politische Kommentatoren, die der neuen, sozusagen doppelköpfigen Regierung eine ebenso kurze Dauer vorhersagten wie den beiden vorangegangenen. Für Hitler war seine Ernennung zum Reichskanzler noch nicht die wirkliche Machtergreifung, sondern nur der erste Schritt dazu. Noch schien Papen unter den gegebenen Umständen mindestens ebenso mächtig wie er. Und die beiden Männer wollten im Positiven gewiss nicht dasselbe. Papen, eine konservative Restauration, Hitler seine absolute Alleinherrschaft, die er noch lange nicht erreicht hatte. Aber im Negativen verfolgten freilich beide zunächst das gleiche Ziel, die endgültige und vollständige Außerkraftsetzung der demokratisch-parlamentarischen Verfassung und eine völlig neue Art der Staatsführung. Und dabei zeigte sich, dass Hitler nicht nur die stärkeren Karten hielt, sondern dass er auch der weitaus stärkere Politiker war als das Leichtgewicht Papen. Vier Wochen lang nach dem 30. Januar änderte sich scheinbar noch nichts. Der Reichstag wurde wieder einmal aufgelöst, wie man es schon gewohnt war. Es gab den üblichen rüden Wahlkampf, die üblichen Schlägereien und Messerstechereien zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten, die üblichen Massenaufmärsche, die üblichen wilden Hitlerreden. Im Übrigen ging das Leben weiter wie gewohnt. Der Tag, der wirklich Deutschland erschütterte und veränderte, war nicht der 30. Januar, sondern der 28. Februar, der Tag nach dem Reichstagsbrand. An diesem Tag begann mit Massenverhaftungen der staatliche Terror und an diesem Tag unterzeichnete Hindenburg die Verordnung zum Futze von Volk und Staat, die zur wirklichen Magna Carta des Dritten Reiches wurde. Mit ihr wurden alle Grundrechte aufgehoben und der Weg zur Willkürherrschaft Hitlers freigegeben. Mit ihr entschied sich auch schlagartig der am 30. Januar noch offen gebliebene Machtkonflikt zwischen Hitler und Papen. Sie markierte Papens endgültiges politisches Versagen. Die Szene ist überliefert. Am Vormittag dieses Tages erschienen, ganz wie im Hitler-Papen-Pakt vorgesehen, Kanzler und Vizekanzler gemeinsam beim Reichspräsidenten. Hitler brachte die unterschriftsreife Verordnung mit, die seine ungeheuerlichen Vollmachten und damit übrigens auch ganz nebenbei die tatsächliche Entmachtung des Reichspräsidenten zugunsten des Reichskanzlers enthielt und überschüttete Hindenburg mit einem gewaltigen Wortschwall über die tödliche Gefahr, in der Volk und Reich angeblich schwebten und die drastischen Maßnahmen, die notwendig seien, um sie zu bannen. Hindenburg zögerte mit seiner Unterschrift. Er begriff nicht gleich alles. Er blickte auf Papen, fragend. Und Papen nickte. Darauf unterflieb Hindenburg. Was er da unterflieb, das waren viele Blankotodesurteile. Auch am Ende das des Deutschen Reiches.